Vater im Himmel, im Namen Jesus, wir kommen zu dir, wir danken dir, dass du dein Sohn auf der Erde gesandt hast und gestorben und wieder auferstanden für unsere Sünden zu bezahlen. Herr Jesus, ich komme zu dir, ich nehme dich auf als mein Herr und mein Retter. Danke für dein Blut, dass du für mich bezahlt hast, für meine Sünden, vergib mir für alle Sünden von Anfang bis heute, das ich gemacht habe. Herr Jesus, danke für deinen Heiligen Geist. Von jetzt nun, er wohnt in mir, in mein Herz. Herr Jesus, ich nehme dich als mein Herr, mein König und mein Retter. Herr Jesus, bitte schreib, mein Name, in das Buch des Lebens, dass wenn du wiederkommst, ich bin bei dir, im Himmel. Herr Jesus, ich danke dir, ich proklamiere jetzt, ich bin gerettet, Vater, ich bin dein Kind, ich gehöre jetzt zu dir, ab heute, für immer, bis in die Ewigkeit. Ich gehöre jetzt zu dir. Amen. Halleluja. 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 Das war das. Habt ihr alles akzeptiert, was Jesus akzeptiert? Weil jetzt, wir feiern uns, äh, gerade auf kurz, du bitte unsere, ähm, Rebs. Nicht hier, ich bin fast da. Amen. Hold on.